Meine Erinnerungen schwinden, doch ich weiß, ich habe diese Helden zum Schutze unserer Realität hergeführt. Hoch über diesem seltsamen Land bereiten wir uns auf den Kampf gegen ihn vor. Galactus, der Weltenverschlinger. Wir müssen uns daran erinnern, wer wir sind. Storm, Iron Man, Mystique, Dr. Doom, She-Hulk, Wolverine und, äh, ich bin Groot? Stimmt. Unser größter Kampf beginnt hier. Jetzt! Wir erkunden dieses Land, gewinnen unsere Kräfte und unsere Erinnerung zurück. Kommt zu uns. Zusammen besiegen wir Galactus und retten die Realität!